Aussparungen und technische Öffnungen Entdecken Sie das innovative Aussparungswerkzeug in Vectorworks 2025. Ihr neuer Schlüssel zu schnellerer, präziserer und effizienterer Planung. Das Aussparungswerkzeug ist ein eigenständiges Tool in der Werkzeugpalette Architektur und ersetzt das Werkzeug Schlitze und Durchbrüche. Aussparungen lassen sich mit Wänden und Bodendeckeobjekten verwenden. Die Aussparungen passen sich dabei automatisch der Ausrichtung des jeweiligen Bauteils an. Ein Highlight? Aussparungen sind stilisierbare Objekte genau wie Fenster und Türen. Sie können damit nicht nur individuelle Einstellungen für zahlreiche Objekte mit wenigen Klicks anpassen, sondern auch Bürostandards erstellen, verwalten und mit Ihrem Team teilen. Änderungen an Aussparungsdimensionen sind im Handumdrehen vorgenommen. Dank den fortschrittlichen Bearbeitungsmöglichkeiten in Vectorworks können Sie Ihre Aussparungen interaktiv anpassen. Auch in perspektivischer Darstellung sind Bearbeitungen wie zum Beispiel Höhenkorrekturen schnell und einfach durchführbar. Das interaktive Bearbeiten lässt dabei keine Wünsche offen. Die Innenbereiche von Aussparungen können mit Auskleidungen versehen werden. In den Auskleidungsattributen stehen Materialien zur Verfügung. Das Aussparungswerkzeug stellt Ihnen die gebräuchlichsten Grundformen für Öffnungen zur Verfügung. Für individuelle Designs können Sie 2D-Symbole nutzen. Sie zeichnen einfach Ihre 2D-Wunschform, erstellen ein 2D-Symbol und integrieren es als Basis für die Aussparung. So gestalten Sie völlig frei und ohne Einschränkungen. Außerdem lassen sich Aussparungen direkt in Bodendeckeobjekte einsetzen, editieren und beschriften. Dank der verbesserten Datenauswertung und der Möglichkeit, Beschriftungen über Datenstempel vorzunehmen, behalten Sie stets den Überblick. Die Datenstempel lassen sich mit dem Aussparungsstil verknüpfen und bieten Zugriff auf viele Datenfelder. Das Aussparungswerkzeug bietet eine flexible Plandarstellung. Ob für Grundrisse oder Schnitte, Sie können für jede Darstellungsart je nach Standard für die Plandarstellung unterschiedliche 2D-Grafiken wählen. Für einen leichten Einstieg haben wir zahlreiche Aussparungsstile und Datenstempel vorkonfiguriert. Sie können also direkt loslegen und das volle Potenzial des Aussparungswerkzeugs ausschöpfen. Um ein Maximum bei der Datenauswertung zu erreichen, stehen Ihnen für Tabellen und Datenstempel alle relevanten Informationen zur Verfügung. Mit dem Aussparungswerkzeug sind Sie bestens gerüstet, um Ihre Projekte noch flexibler und effizienter zu realisieren. Freuen Sie sich auf eine neue Dimension der Planungsfreiheit und lassen Sie Ihre Kreativität mit Vectorworks 2025 freien Lauf. Das ist ein Maximum bei der Datenauswertung. Das ist ja der Grundschwert. Vielen Dank.